Ey, du musst doch mal zum Ballen und den nicht anrennen lassen, komm, wie so ne Gazelle, fliegt ja da überm Platz. Da sind wir zurück, liebe Freunde, auf Bindtb und wir zocken FIFA 15, Alter. Gucken wir mal her an, am Start, der verkackt man schon schön. So, letztes Spiel haben wir 3-3 gespielt gegen VfL, VW, Wawawa, Wolfsburg. Auf jeden Fall. Ah, äh, knappes Ding. Hätte ich eigentlich reißen können, hatte viele Chancen, aber jetzt, neueres Spiel, neues Glück. Schaut sie. Bist du behindert? Ich hasse verteidigen. Ich hasse es wirklich ganz so. Ich hasse es wirklich einfach. Das ist einfach so ein rumgedrucksel. Ich weiß nicht, ob es einen Knopf gibt, den man halten kann, damit... Versteht ihr, was ich mähe? Dem ganzheitlichen herren. Jetzt habe ich schon... Ach, das war kein Tor. Ach, hab ich gar nicht drauf. Wüsste, weil ich mich so öffnen. Ich muss ja so reinsteigen. Das war zu toll. Das war nicht gut. Das war nicht gut, aber da war irgendwie keiner frei. Oh Gott. Ob du heute noch zum Torwart spielst? Ob du den Falschen anspielst, du Pesser! Ich wollte den ganz da oben haben, nicht den da, der am blauen Mann steht. Das sieht mir schon wieder so eine scheiße rastig aus. Im letzten Spiel nehme ich. Ich drücke volle Bude auf Weghauen mit Torwart, also Flanken. Und was passiert? Da macht er irgend so eine Scheiße. Nicht schon mit Weghauen, oder? Da war ich nicht geil. Aber ich komme wieder nicht rein. Kuscheln die noch halt. Gut mitgestielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ja, entschuldige dich. Gehe heulen, Junge. Da kloppt Prügel dich. Zu breit, alle. Nicht. Also sind jetzt, habe ich jetzt gefoult, oder was? Das Verteidigen ist echt der größte Krampf, der es so gibt. Na, ey, ich war doch voll dran, Alter. Hörst du jetzt mal auf, mich hier zu verarschen? Okay. Hör mir auf jetzt, Mann. Macht's von meinem Tor weg, du Arschloch. Drehn sie alle jetzt. An den kann er nicht rankommen, da muss er ja 40 Zentimeter größer sein. Und anders sehen wir in der Mitte. Ach, dort sind sie noch ein Ball. Ach, jetzt hat er noch meinen Kreisdruck genommen. Hier, der sollte zum Torwart gehen. Geil. Nicht der Mann, der ne, schwarze. Entschuldigung, der schwarze. Also nicht schwarze, aber der Brauge, Mann. Kann man nicht übersehen. Nein, das klingt mal einfach, die. Ich mach nur scheißen. Ich mach nur scheiße, hier. Ey, lass den doch nicht so loven. Ey, du musst doch mal zum Ball und den nicht anrennen lassen kommen. Die sohn, die sohn. Die sohn, die sohn, die sohn. Die sohn, die sohn, die sohn, die sohn. Liegt der da überm Platz. Ziel schießen. Auch Gimä und Geeks und Blößen. Gönner das, ey. Oder hier bin ich ganz eigenes Ding. Könnte man. Wüsste ich hier drauf. Böden. Echuld. Echuld. Süd. Steu. Krabbeln ist gut. Komm, mach was! Kennst du den eigentlich schon, der da einfach durchpasst durch alle Räume? Ach komm, was mach ich, Mann? Das war alles so zugestellt. Ach, wieder zu doll. Mann! Ich bin gerade zu hippelig. Ich lese es. Ich merke es ja selber. Aber es geht nicht immer alles bei den blöden Spielerspektive stehen. Wegen sowas bin ich dann nämlich hippelig. Ziemlich so machen, wie ich das will. Geht es mich nicht. Ich auch nicht. Ey, das war gar nicht schön, was teckeln. Wie sieht er das Spiel aufzuziehen? Ich klicke nicht den Spieler, den ich will. Das kotzt mich nicht. Ich klicke nicht den Spieler, den ich will. Ganz kurz macht der Klub immer übelst die Raketen. Hätte ich vielleicht jetzt nicht gemacht sollen. Da finde ich ja voll verarschend. Da kann ich den mal jetzt behalten. Ey, wenn der mir nicht den Spieler gibt oder mir einfach einen wegnimmt, den ich behalten will, das können die immer platzen, ey. Die Drecksau, Mann! Da kriegt mich auch immer wieder. Komm nicht zum Flanken. Ich stupst den doch nur an. Komm den doch jetzt mal weg, Mann! Ja, wie willst du denn aus dieser Entfernung einen guten Torhüter in Verlegenheit bringen? Ach, der Schwarze ist aber schnell, ey. Ist schneller als ich. Ja, klar. Was macht denn der, ey? Rupp mich doch um, ey. Rupp mich doch um! Rein hier, gelbe Karte! Mach's runter, Junge! Wieso blöde Klotzen? Passt du mal. Hallo, hallo. Die Nummer. Kommen lassen. Kann sie jetzt abpfeifen? Ob der jetzt mal abpfeift? Das ist nicht abpfeift. Oh, ja. Killinge, Junge. Und womit? Mit rechts. Gelb? Er hat gelb gekriegt. Jetzt wird abgefiebt, ey! Lass mich halt nochmal treten, Junge! So, nächste Runde. Die schaut sich aus. Da, ich schluss aufs Tor nicht auf. Nö. Leck mich doch. Ach, das mache ich nicht. Ich will nicht umstellen. Okay, das läuft alles so in okay so. Okay. Das war gar nicht. Kann manchmal klappen, dass man einfach so durchhustelt. Aber das muss man schon ein bisschen tun. Hat's gerade nicht geklappt. Das ist immer ein rumgefusselt, ey. Brr! Ich krieg da auch noch die Ecke. Was ist das denn für ein Scheiß immer? Hier, guck mal, wie Kinder zum Ball geht, gell? Und wie er dem... Ey, der hat mich umgeschmissen, Alter! Guckst du doch mal, du dummer Schiri! Dummkopf! Ramirez! Ich krieg... Hallo! Ich weiß nicht, was die manchmal machen. Ich weiß nicht, was die manchmal machen! Ich krieg den Ball nicht hier weg! Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht. Ja, komm, ey! Das ist weg, Ruppe! Gibt's überhaupt nicht. So einen Schiss hier. Mann, nimm mir doch nicht immer meinen Spieler weg! Du scheiß Spiel! Mann, der ist kein Ort da! Das ist ja die Scheiße! Ja, ich will's einfach mal probieren. Mann, ey! Halt mich nicht fest, du Penner! Das gibt's nicht. Ich werd hier festgehalten und sonst was. Der Schiri macht nüchst. Oh, jetzt kommt... Ja, guter Torwart. Weck das Ding! Ja, sagt der Abwehrspieler. Ivanovic. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Ramirez. Ey, man trittst ihn du mal an, du fetter Hummels. Dieser Hummels manchmal, das ist wie so ein großer Stein. Ich komm hier einfach... Ich komm nicht, Mann! Ich krieg's nicht vor! Ich krieg den Ball nicht vor, das Tor! Na, Mann, bleibt doch nicht so... Oh, das nervt mich an dem Fallspiel. Ich denke das überhaupt ein bisschen mit... Ich spiel auf! Jawohl, der hat erklären können! Poo, Mann ey! Kannst du ein Stück schneller sein? Das kleine Hälfchen Glück fehlt mir. Ach, fickt sich doch. Krieg er gleich Anfälle, er. Geh mir ums Sack. Boah, da ist keine Sau in der Nähe, um den Ball da zu kriegen. Ey, die kommen immer von hinten und holen mich wieder. Das gibt's doch gar nicht. Sind die alle so schnell oder was? Jedenfalls steht am Ende der Ballverlust. Ich werd hier zum Fick rennen, man. Der ist keiner. Das ist ein Scheißgrad, das ist übel. Die ist die ganze Zeit. Mann. Ich schrie jetzt, ich kanse hübsam, ey. Ich schrie jetzt. Och Mann, der war wieder zu toll. Dabei hab ich nur drauf getippt. Sag mal, was ist es denn? Ich habe einfach nur nach links gedrückt und nicht nach unten. Hier ist auch gerade überhaupt kein System drin. Das tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht. Ja, jetzt hält er mich wieder fest und das lässt der Schiri immer durchgehen, Mann! Ey, da pfeift nichts der Schiri. Sag mal, ist der aus? Du bist so dumm, du kleiner Wichser. Ach, komm, ey, ich wüsste nicht, was ich machen soll, Mann! Schiri pfeift nichts, ey, die ruppen mich immer, halten mich fest. Nein, ich krieg nichts in. Torwart geht doch zum Ball und bleibt nicht stehen, Mann, du hast ihn locker gekriegt. Eroberung in der Wiederholung. Okay. Ganz sauber, ganz sauber, kein Foulspiel. Der OV, das macht mich falsch. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit anfangen. Ich kriege hier gerade gar nichts in, ey, diese Fehlpässe. Einer nach dem anderen. Was ist denn jetzt? Jetzt pfeift's doch nicht ab, Mann! Und in dem Strich hatte dieses Spiel wirklich keinen Sieger verdient. Das geht gerechterweise unentschieden. Das war übelst scheiße, ey, das war richtig scheiße. Das war nur durchgekrampft, ey, da war nichts, kein... Nur Fehlpässe, keine Räume, wusste nicht, will mit der Krücke, ey. Krücke vom Ball. Hier, gibt's nicht mal Torschussbilder. Nur dies, diese Scheiße. Der Linienrichter wegelt, und zwar mit seiner Fahne. Der Spieler war im Moment der Ball, ach doch, ich hab noch ein Stück drin. Ah, ein Titel. Brauchte ich noch drei Punkte. Okay, wir sehen uns im nächsten Spiel. Es tut mir leid, wenn ich jetzt so übelst ausgerastet bin, aber... Ist halt FIFA und... Versteht er. Ciao. Wahnsinn, du hast dir das Video bis zum Ende angeguckt, und mir ist gerade der Text eingefallen und du hast Zeuge dieses legendären Outros. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch einfach ein Feedback da, oder abonnier uns sogar, wenn wir dir gefallen haben, und schau dir einfach mal die nächsten Videos an. Oh, ein dicker Versprecher, aber das macht nichts, ich mach einfach weiter. Ist mir scheißegal. Okay. Und hier... Aha, die fetten Playlists, Junge. Guck dir die Playlists an, dir schau einfach mal durch, was dir gefällt. Wie gesagt, abonnier uns, falls wir dir gefallen haben. Kannst uns auch gerne deine Kommentare sagen, ob wir gut waren, was wir verbessern müssen. Und ja, das war's dann. Subscriben kann er auch noch. Siehst du den Button nicht? Nein. Für was bezahle ich dich eigentlich, Allah? Alles ganz vergessen. Raste mal nicht aus, gell. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis in der nächsten Folge auf BTV.